Ungewöhnlich hohe Temperaturen herrschen derzeit in verschiedenen Teilen der USA. Deshalb sind mehr als 160 Millionen Menschen und damit rund die Hälfte der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Hitzewarnungen betroffen. Im Westen werde die gefährliche Hitze voraussichtlich für den Rest der Woche anhalten, warnte der US-Wetterdienst. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Teile des Landes unter ungewöhnlich hohen Temperaturen gelitten. Mehrere Todesopfer wurden verzeichnet. Der Klimawandel macht Extremwetter wie Hitzewellen laut Experten wahrscheinlicher und heftiger.